Was war in der Scheiß? Hatt ich bis jetzt immer nur... ...bei Hope Wars Legacy gehabt. Ich sehe das in keinem anderen Spiel. Schrecklich. Ich hoffe, die bleibt es bestehen. Jetzt halt zu pulsen. Dann wieder ran. Dann kann ich mich rauf. Dann kann ich den einmal depulsen. Den einmal Akion. Den einmal hier Akion. Da Akion. Ranholen. Fuck, die pulsen kann ich manchmal gar nicht, ne? Warum kann ich jetzt nicht die pulsen? Keine Akion. Logisch. Easy going. Und jetzt komme ich nicht rüber. Aha. Da. Das hat sich da jetzt umgebaut. Ich muss da oben hin. Ah, damit ich hier wieder hinkomme. Was habe ich denn da jetzt noch? Auch eine Treppe runter. Okay. Gucken wir, wie viel wir das alles brauchen. Stimmt theoretisch hätte ich hier noch rüber und dann... Ich muss jetzt gleiche machen, nur in die Richtung, oder? Dann machen wir es. Ich mache das dann mal so. 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 Ich mache das dann mal so an. Ich mache das dann mal so ein bisschen. Ich mache das dann mal so an. Das war's für heute. Das geht wahrscheinlich aber nicht da ran, ne? Jetzt geht das da, glaube ich, dann wird es gut. Fuck! Wahrscheinlich was dahinter ist. Ist da noch ein Stein zwischen? Das könnte jetzt blöd eh. Ähm... Menno. Menno. Dicke, dass das so schön richtig war. Das vielleicht auf der anderen Seite richtig machen. Ja, wunderschön. Das kannst du. Ja. Ja. Was ist denn da rauf? Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Es funktioniert. Es ist jetzt die Frage, ob das so ready to go ist. Ich mach das erst mal so. Ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Wie kriege ich den noch da hin? Das muss ich quasi da ran kriegen eigentlich, ne? So geht er gar nicht. Da kommt er auf meine Höhe. Und da unten ist auch noch einer. Ja. Oh, erst mal. Ich gucke mir das jetzt mal an. Was der jetzt gebaut hat. Ich kann sehen, habe ich da hingezogen. Okay. Ach hier! Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 No 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 Reveilion Ne, jetzt sieht er. Doch da sehe ich aus. Ich weiß wie. Achio Deskültung Achio Deskültung Ich muss erst mal auf. Achio Oh Ja Moment Ob ich denn da jetzt nicht drauf Ob ich denn da jetzt nicht drauf Weißt du auch wenn ich denke Achio Achio Ich kann das nicht drauf nein war auf dem falschen fleck man das kostet sowieso kaputt ich muss wieder zurück mit okay Es ist ein ganzes Wettbewerb. Was ist das, was du mal? Das Icons Druck falsch gebaut jetzt, oder was? Was ist das, was du mal? Ich glaube, ich verstehe das Problem. Der muss noch da. Er ist genauso bon wie vorher. Shit. Ich kriege da noch einen. Das wird weg wahrscheinlich. Das ist das gleiche Problem, oder? Hä? Warum ist das denn so? Ja, das mache ich ja daneben. Das ist das, was du mal? Was ist das? Was sind die Pfrösel? Die Pfrösel! Achio! 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 Wie kann er das nicht schießen, ich bin learner ausgedrückt, der Schwerpunkt in der Getruldo! Achio! Hmm... Ist das ein Denkfehler? Als nächstes er jetzt zwei Positionen hat da. Das wären die zwei. Also jetzt würde ich mich genau gerade runter schieben. Dieses schiebt mich genau gerade runter. Aber es wäre perfekt um darauf zu kommen. Was, das ist das. So lange dauern die Tasache. Als nächstes er das. So lange dauern die Tasache. Ich bin der Tasache. Die Tasache bräuchte mich. Wie heißt das? Ich glaube ich weiss wie. Also den auf jeden Fall herholen. Achille! Oder? Ich muss die Flaggasse am Anfang schon mal drauf. Moment. Das geht gar nicht. Nee, zu weit wegführe Alles gut, jetzt andersrum eventuell wieder klaffen, wie ich dachte Ich habe den Kospen drauf Jetzt funktioniert es, aber es wird noch gar nicht Ich habe gerade wieder eine ganz andere Idee, die wahrscheinlich auch schwachsinnig ist. Ich bin jetzt halt nur, ich kriege das jetzt nicht rübergeschossen wahrscheinlich. Großer Schwachsinn, ähm... Achille! Da. 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 Das war's. Ich bin hier, ich bin hier. Wie klappt das so? Was klappt das so gar nicht? Mann! Das funktioniert doch aber auch nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ja, ich weiß. Ich kann den ja noch weiter anschieben, ne? Vielleicht muss ich nur kurz nicht mehr runtergehen. Beziehungsweise sind wir rüber. Entschuldigung!